Ich bin Laura Zürbrücken, komme von Zermatt und bin Model. Am besten an diesem Job gefällt mir, dass man reisen kann, neue Städte, neue Kulturen, neue Leute, Sprachen lernen und viel mit Mode zu tun hat. Zu diesem Beruf bin ich zufällig gekommen. Ich habe mich einfach mal angemalt bei dem Elite Model Look. Nachher haben sie mich eingeladen, mich in der Agentur fortzustellen. Und dann kam alles so, wie es kommen soll. Moda ist nicht nur meine Brüfe, es ist auch ein Hobby. Ich gehe gerne shoppen und wenn ich in eine Kleiderlade gehe, wo mir die Sachen gefallen, kann ich mir locker die Zeit getrieben. Das erste Outfit war ein Jeansrock mit einem Furt und einer Lederjacke. Besonders gefallen hat mir die Lederjacke. Den Rock eher weniger. Darum habe ich noch andere Outfits probiert. Das zweite Outfit war ein karriertes Hemd, ein Hotpants und eine Lederjacke. Das erste Outfit war ein blümiger Schal. Es ist so ein bisschen locker und leistig. Und das hat mir so gut gefallen, weil es genau meiner Style ist. Megaschön. Es passt wirklich sehr schön. Ich freue mich am besten. Es ist das Schönste. Hallo. Hallo. Cooles Aufzug. Willst du noch einen Company School kosten? Ja. Du hast einen Schuh gesagt, oder? Ich sehe einen passenden Schuh. Hast du es gezeigt? Waschen wir einen? Die Schuh, die ich uns gewählt habe, sind perfekt für den Sommer. Die kann man auch, wenn es heiss ist, anlegen. Und die anderen, die ich als erstes probiert habe, sind mehr vor den Herbst. Mit denen haben ich im Sommer zu heiss gehabt. Und, war es gut? Super. Ich wollte es gleich an. Super. Das sind deine Kleider. Ich wünsche dir viel Spass beim Trägen. Danke für dich. Und einen schönen Tag noch. Danke vielmal. Tschau. Danke vielmal, Companies, für das coole Outfit. Ich hoffe, es kann wieder mal kommen.